1, 2, 3 1, 2, 3 Wir haben hier viel Neuro. Viel Freude, H contestant, Wir machen ganz viel Drei ein. Und dann sind die Runde, und in dieser Zeit die Runde�ie Der absolute Wahnsinn! Es ist so schön, wenn man es hier sieht. Es ist schönes Wetter, die vielen Fans, sehr überwältigt von dem Ansturm, den wir hier erleben dürfen und es ist echt ein Tag, an den wir uns noch lange erinnern würden. Vorher habe ich Palle und Schan unsere Lieblingsfarbe gekriegt auf der Feku, das ist ja... Ja, ein richtig geiles Gefühl, heute einen anstrengenden ersten Tag gehabt und dann macht es den Abend schon sehr schön am ersten Tag zurück zu sein und dann so viele Leute zu sehen. Sehr schön, es ist eine gute Stimmung hier und es macht sehr viel Spaß. Ich finde es jetzt super, dass es ein extraer Event dafür gibt und wir sind extra angereist aus Ingolstadt, um es mitzuerleben. Puma ist da, ja, das ist für uns einfach eine ganz, ganz große Ehre, mit so einer Marke zusammenarbeiten zu dürfen und da wird es noch das ein oder andere Event in der Sorte geben mit Puma ist da. Röger! Röger! Untertitelung des ZDF, 2020